Hallo und willkommen zurück an meiner Werkbank, die wie ihr seht gerade ziemlich voll ist. Dreimal Echolette E51. Ich möchte mit diesem Video einen kleinen Kick-Off machen für mein nächstes Projekt, wo auf diesem Kanal in unregelmäßigen Abständen Videos zu veröffentlicht werden. Und zwar, ich wollte schon immer eine E51 haben, aber es wäre natürlich zu einfach, wenn ich mir eine kaufe, die in einem reparierten Bestzustand ist. Aber ich habe über die Jahre ein paar E51 Ruinen angesammelt, die seht ihr hier. Und ich möchte daraus über den Frühling und vielleicht auch den Sommer, so wie ich dazu komme, eine funktionierende E51 in Bestzustand machen. Ja, das müsste doch eigentlich möglich sein, wenn man drei Teile Träger hat. Schauen wir uns die doch mal etwas genauer an. Machen eine Bestandsaufnahme, was ich denn eigentlich habe und was eventuell noch fehlt, soweit man das jetzt schon sagen kann. Ja, also wie ihr seht, ich habe genau einen Holzkasten. Die anderen sind nur die reinen Chassis. Der Holzkasten ist auch soweit vollständig. Es gibt hier auch den Metalldeckel, der ist allerdings verbogen und verrostet. Also das ist ein kleines Projekt schon mal für sich, den wieder ordentlich hinzubekommen, gerade zu biegen, zu entrosten und zu lackieren. Und der Holzkasten selbst, der ist auch nicht in so einem schönen Zustand. Und ich überlege da tatsächlich, den mit neuem Tolex zu beziehen, weil das ist ja auch mal ein ganz nettes Projekt, habe ich bis jetzt auch noch nicht gemacht. Und vielleicht ist das ja auch was Interessantes, was man auch dann mal zeigen kann. Ja, schauen wir uns mal die Frontplatten an. Die E51 war ja Nachfolger der NG51 in neuem Design. Das Chassis ist komplett geändert und die Frontplatte ist natürlich Silber. Mit diesen eigentlich ganz schönen, ich sage dazu immer, das sind so Art-Deko-mäßige Verzierungen. Ich finde das ganz nett. Ja, und was haben wir hier? Wir haben leider zwei Frontplatten, die nicht mehr ganz so schön sind. Hier hat jemand an dieser Schalteinheit zwei sehr hässliche, riesige Nieten durch die Frontplatte getrieben. Das weiß ich auch noch nicht. Vielleicht ist der Schalter hier mal ausgewechselt worden und es hat irgendwas nicht gepasst. Und dann hat er die einfach festgenietet. Bei der Frontplatte ist ein Potentiometer hinzugekommen. Das könnten wir natürlich rausmachen, aber das Loch in der Platte bleibt. Das finde ich überhaupt nicht schön. Aber wir haben hier als drittes eine Frontplatte, in der keine zusätzlichen Löcher sind. Und die auch eigentlich noch total schön aussieht. Natürlich fehlen bei dem Gerät alle Klinkenbuchsen. Hier fehlt das Potentiometer und es fehlt hier die Lichtabdeckung, also für die Anzeige, ob das Gerät an oder aus ist. Aber die habe ich ja hier zweimal. Also einmal und da ist auch noch eine, die ist ein bisschen versunken. Aber das haben wir auch alles vollständig. Ja, Originalknöpfe sucht man natürlich vergeblich. Das verwundert mich aber auch nicht, aber eventuell habe ich da noch was in meinem Fundus. Schlimmstenfalls ist es halt so und wir müssen was Unoriginales erstmal nehmen, bis ein passendes Ersatzteil irgendwo auftaucht. Okay, jetzt schauen wir uns mal die Geräte von innen an und gucken mal, was da noch fehlt, beziehungsweise ob wir da alles haben, was wir brauchen. Gut, also, jetzt schauen wir uns mal die Unterschiede an bei den drei Geräten. Also die sind alle in einem sehr unterschiedlichen Status des Zerlegens. Wir haben bei dem noch das magische Band und alle Tonköpfe. Bei den anderen Geräten fehlen alle Tonköpfe. Netz-Trafos sind überall noch drin. Und wenn wir mal schauen, was ganz interessant ist, das fällt mir jetzt das allererste Mal auf. Wir haben hier schon die zwei Fensterversionen. Nur mal zur Erklärung, also auch bei der NG 51, also die Goldkäfige, da gab es diese zwei Fensterversionen. Diese Chassis mit diesen zwei großen Fenstern drin, die kamen bei Seriennummern so um die 75.000, 77.000 kamen die auf. Und der Grund ist mir natürlich nicht bewusst. Wenn es einen gab, dann weiß man das nicht mehr. Und lustigerweise bei dem Gerät hier hat man keine zwei Fenster. Also das scheint tatsächlich noch eine ältere Chassis-Variante zu sein. Das wird mal interessant mit meiner Seriennummernliste abzugleichen, ob man da irgendwelche Auffälligkeiten sieht. Aber für den Betrieb ist das natürlich vollkommen unerheblich. Ist nur ein interessantes Detail. Also wir haben jetzt noch ein Gerät mit einem kompletten Satz Tonköpfe. Und wir haben zwei Motoren. Das Gerät hat nicht mal mehr den Motor. Und die Mechanikteile, das sieht eigentlich alles so aus, als ob wir alles auf dem Platz haben. Also alles, was wir brauchen, haben wir auf jeden Fall. Ob die beiden Motoren gehen, weiß ich natürlich nicht. Ich weiß jetzt auch noch nicht, ob die Tonköpfe gehen. Das werde ich alles in diesen Videos dieser kleinen Serie vorstellen. Weil das ja interessant ist, auch mal zu zeigen, wie prüft man denn, ob die Dinger funktionieren. Denn aus meinen bisherigen Videos dürfte ja klar sein, wir schalten so ein Gerät nicht einfach ein. Also das steht vollkommen außer Frage, dass wir das jetzt anstecken und mal gucken, ob der Motor sich bewegt. Ja, da ist die Chance, dass wir irgendwas kaputt machen, größer als der Nutzen, den uns das bringen würde. Das muss man smart machen und nicht schnell. Und das werden wir uns alles dann zu gegebener Zeit anschauen. Okay, werfen wir mal einen Blick auf die andere Seite ins Innere. Da wird es nämlich spannender. Ja, also wer eine NG51 in der Platinenausführung kennt, wird hier sofort ein paar Unterschiede sehen. Oder zumindest einen großen Unterschied. Nämlich diese Platine hier. Die gibt es bei der NG51 nicht. Die ist erst bei der E51 hinzugekommen. Und zwar haben wir hier im oberen Teil die Trimmer und Trekos für die Regulierung des Bias, also der Hochfrequenz-Vormagnetisierung. Und hier unten haben wir Snapper-Schaltkreise, so nennt man die, glaube ich, technisch korrekt. Also eine Motorkompensation, weil wir schalten ja den Motor oder wir schalten mit diesem Motor ja eine Induktivität. Ja, und hier bei der E51 hat man etwas eingebaut, um die spezifischen Effekte, die sich beim Abschalten einer Induktivität oder dem Abschalten der Stromzuführung einer Induktivität ergeben, abzufangen. Ja, also diese Platine haben wir einmal komplett. Hier ist sie in der Mitte durchgebrochen. Und hier drüben haben wir sie ein zweites Mal. Und da fehlt ein Treko und die Trimmer sehen irgendwie kaputt aus. Also, ja, und hier hat jemand sich ein Stückchen rausgebrochen. Sieht zumindest so aus, ja. Da hat sich jemand ein Stückchen rausgeschnitten, warum auch immer. Also, wir haben die Platine aber zumindest einmal. Und, ja, damit kann man was anfangen. Ja, die Hauptplatine haben wir hier auch zweimal. Das ist okay. Die kleinen Seitenplatinen, das kennt man auch schon von der Platinen NG51. Das sieht eigentlich alles okay aus. Die Platinen, die irgendwo fehlen und Schalter haben wir zu Genüge. Da können wir uns auf jeden Fall was draus zusammenbauen. Ja, also es wird jetzt auf den ersten Blick so sein, dass wir diese hier rechts als das Chassis nehmen, weil das ist im besten Zustand, was die Frontplatte angeht. Und wir werden uns die Einzelteile hier rausnehmen. Wie, das wird sich zeigen. Da muss man mal schauen, in welchem Zustand das Ganze ist. Also ich sehe, hier hat irgendjemand schon mal irgendwie einen riesen Elko eingebaut. Kann ich jetzt so nicht abschätzen, warum und wieso. Aber wir müssen uns das anschauen, welche von den Platinen noch am besten erhalten ist. Die wird sein und der Rest wandert ins Lager als Ersatzteil. Ich gehe eh davon aus, dass wir Teile auf den Platinen natürlich tauschen müssen. Also alleine zumindest die Koppelkondensatoren. Da mache ich eigentlich nicht rum, die tausche ich und dann ist gut so. Ja, und den Rest müssen wir halt schauen. Ja, also ich will noch einmal eine Sache mir angucken. Ich habe ja gesagt, wir nehmen bei der das Chassis. Und ich glaube, das bietet sich auch an, weil bei den anderen beiden ist am Chassis was verändert worden. Hier ist bei der irgendein Ein- und Ausschalter hinzugekommen. Das kann ich gerade nicht sagen, was das ist. Hier hat jemand eine Netzdose eingebaut, also eine Netzbuchse eingebaut. Weil bei dem Gerät ist keine Netzbuchse da. Da kommt das Kabel direkt aus dem Chassis raus. Aber das hat hier jemand so umgebaut, dass er da halt einen Kaltgerätestecker dran anschließen kann. Und bei dem Gerät hier fehlt das Netzkabel komplett. Aber da fehlt sowieso alles. Ja, also das ist doch jetzt mal ein Plan. So können wir loslegen. Wir nehmen das Chassis und bauen uns aus den anderen beiden die Elektronik zusammen. Die Köpfe und so weiter sind ja noch da. Und wir werden hier schauen, was wir noch benutzen können. Die hier fliegen sehr wahrscheinlich raus. Der Motorkondensator, der wird höchstwahrscheinlich noch gehen. Der ist eigentlich selten wirklich kritisch. Ja, und was die Trafos anbelangt, das werde ich halt prüfen. Ob die beide noch gut sind oder alle drei noch gut sind. Und ja, was wir da machen können. Also ich freue mich, das wird ein spannendes Thema. Haltet die Augen auf. Auf diesem Kanal wird es da, wie gesagt, in unregelmäßiger Folge einzelne Videos geben. Wir kämpfen uns Stück für Stück zum fertigen Gerät. Ja, und ihr könnt dabei sein. Kein Video verpassen. Kanal abonnieren. Ihr wisst Bescheid. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.